hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal sarah farish rims heute bin ich mit sven unterwegs genau du hast mal wieder geschafft mich irgendwie zu verpflichten und zwar hier auf der aqua expo tag drei sonntag bist du mit an start und wir machen jetzt die aqua expo unsicher ja wunderbar ich freue mich drauf ich denke mal du hast so auch schon ein ziel im kopf ja ich habe gedacht einmal über die ganze messe mal gucken wollte zu viel neuheiten gibt und dann zieht mich natürlich wieder richtung blaues licht ja wir sind zwar noch nicht weit gekommen aber ich glaube das wollte einmal auch noch was zur wabi kusa ausstellung sagen weil du warst ja mit von der partie absolut und hat richtig richtig spaß gemacht also war eine ganz ganz tolle veranstaltung organisation hat alles super geklappt und die wabi kusas ich muss ehrlich zugeben der absolute hammer also wie toll die sich entwickelt haben die sind ja wirklich alle wunderschön aber ich glaube ich stimme nicht ab ich glaube ich stimme ich müsste dann wenn ich ja ehrlich abstimmen nicht für mein wabi kusa abstimmen das wäre natürlich da gehe ich lieber hin und bin ein hier befangen und nee lass mal ich stimme nicht ab ich habe aber absichtlich kein taschengeld mit genommen und hier schuldig auch noch geld also nichts gekauft hast du denn schon ein oder andere highlight entdeckt okay ein paar schöne tridaknas hast du denn schon eine muschel bei dir hat das sind heikel und da rechts also ja stimmt aber die sind auch ziemlich klein bevor ich mir eine neue muschel hole muss ich auf jeden fall erstmal meinen großen stein dippen im namen aus hängen so viele borstenwürmer drin und ich glaube die fressen von unten ja ich habe meine tridakna auch oben im riff wirklich drinnen nicht unten am boden weil wann sie es immer borstenwürmer oben im riff also lieber ganz mein stein hat so viele dass die oma rauskommen wenn man schüttert ja und ich glaube die müssen noch mal auf ein extra stein dann drauf damit das erst gar nicht passiert dass die anders gebebe und schleich eigentlich tschuldigung aber man sagt ja eigentlich dass die an ars nur gehen aber ich glaube die fressen oder du setzt dir mal was rein was die borstenwürmer vielleicht wegfrisst ja habe ich auch schon so eine spinnenkrabbe oder so weit die kannst ja nachher in das große becken umsetzen aber erstmal da auffressen sonst hast recht sonst würde ich da keine tridakna reinsetzen hast recht da muss ich erst noch mal ran und dann kann ich noch mal war da sind natürlich schon wieder ein paar interessante sachen hier ist die korallenzucht karlsruhe ja hallo schade dass ja keine preise dran stehen dürfen wir dich preistechnisch mal ein bisschen ausquetschen was nimmst du für die scheibe für die scheibe bist du bei 69 euro ja ja die kleinen jawbreaker die liege jetzt bei sagen wir mal messenpreis 100 euro ein die da ja die liegt bei 200 die og bounce die kleinen bei 200 999 euro ok zu viel zu unserem schmalen geld holen ach komm du hast doch bestimmt genug dabei ja ihr wisst ja was die tiere kosten oder denke ich klar ja klar das wissen wir schon dann ist es heute schon günstig was nimmst du für die forest fire für die forest fire 39 euro die schon verkauft rechts als so eine große dann aber 35 da halten wir uns im hinterkopf den wir auch schon letztes jahr zusammengesucht haben genau vor allem dann war ja letztes jahr ein bisschen zugeschlagen ja ja aber auch gerade voll da habe ich mir schon drei schätzchen zurücklegen lassen nämlich später mit zeige ich dann zu hause in ruhe aber vielleicht willst du da ja auch noch mal eben gucken können wir gerne machen und das ist hier die die reihe von der sara das ist die reihe von der sara das sind ja für deine verhältnisse schon relativ einfache korallen das ist jetzt nichts irgendwie so sind schöne robuste korallen aber das ist ja wichtig aber keine high end golden torch wie man das ja mittlerweile von dir kennen davon habe ich jetzt auch schon einige ich muss ja auch ein bisschen auf den geldbeutel achten hat der johnny ja beim letzten video glaube ich bei dir gesagt er weiß gar nicht welche du nicht du glaubst du hast schon alle aber schon ein paar schöne schätzchen bei mir drin in meiner schatzkiste wenn er das jetzt erst mal ein paar jahre wachsen lässt du ja wachsen das wäre schön wenn die auch wachsen würden ja und nicht ein kopf stirbt und dann der nächste genau so die theorie jetzt einfach in ein paar jahren sieht das so und da darf nichts dazwischen kommen ja kennt man ja im meerwasser kommt immer mal wieder was da aber trotzdem erzählt man sich immer wieder in ein paar jahren sieht das fantastisch aus das hoffe ich und der hat ein cooles baludarium da könnten wir ja mal gucken gehen gerne gerne so sven was glaubst du was ist das für ein gestein bauschaum ach du erkennst das sofort der profi erkennt das sofort also kein bauschaum sondern brunnschaum wenn du kurz guckst auf jeden fall aber ist das das paludarium was du meintest das ist doch kein paludarium sondern ein blau radium wir dürfen jetzt hier nichts schlecht machen nein sieht schön aus hallo ja mahlzeit ist das meine sauger dabei meine sauger spitzenmäßig ja da siehst du mal an wie ich denke da ist die kamera musst dich drehen achso ihr werdet wir reden schon du bist schon online oder? also das ist ja jetzt platz ich hier rein hier aquariummonster ne? ja mit dem weltbesten futter ja aha ist das so? ja das ist das futter weil ich dir sagte der die du hast ja auch den diakantus die nachzucht den faunkreiser da geht er als einziger so richtig wild ran also das ist wirklich wahnsinn ja also die fressen bei uns auch schon frostfutter ja kleine sachen aber auch andere thema gehen die auch drin aber ja als alternative wäre das interessant also bei mir sind die da ganz ganz zögerlich drangegangen hin und wieder mal ein und dann habe ich ein bisschen was von dem futter da rein von dem medium von den ganz kleinen pellets als hätte er eine woche nichts gefressen der hat sich so den bauch voll gehauen ne? wirklich wahnsinn super ja 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 kannst du ja mal ausprobieren dann gebe ich dir gleich noch was ach danke okay jetzt kommt da noch irgendwas besonderes neues oder so heute hier auf der messe wir haben ja schon zur hinterzoo unser staubbutter vorgestellt was man natürlich auch für korallen nehmen kann und für laten also wenn er ein engagierter züchter ist ja wirklich von ganz klein auf züchter haben wir unser staubbutter was allerdings kein granulat mehr ist wir hatten nun kommt immer das baby nano was noch ein echtes granulat war äh das mussten wir dann ums kleiner zu machen geht das nicht mehr vom herstellungsprozess von daher keine staubbutter ja ich habe das staubbutter habe ich direkt ausprobiert ihr hast ja vielleicht mein letztes video gesehen wo ich die clownfischbabys groß gezogen habe ne und wirklich sobald die aus der metamorphose raus kamen habe ich das staubbutter mal ausprobiert gehen sie dran ist natürlich viel entspannter als ständig die artemia zuchtansätze da fertig zu machen jetzt kommt da jeden tag so ein kleines löffelchen staubbutter obendrauf fressen die clownfischbabys super ja also zur larvenaufzug kann ich bestätigen funktioniert ja sehr wie entwickeln sich die denn oder kommen da noch videos zu also ne verzeiht mir da kommt kein video mehr zu ne vielleicht so ein kleines update in einem anderen video aber immer das war mein allererster versuch und ich habe da tatsächlich zwei fertige fische raus geholt die zwei fertige ja zwei fertige clownfische die selber bei mir geschlüpft sind die bleiben auch ne die gebe ich nicht ab die ziehen mit in das große aquarium das ist ja auch eigentlich ganz cool ne weil die habe ich nicht gekauft das sind nachzuchten von mir das ist doch cool ne wenn die nachher erwachsen sind doch naja aber vom aufwand her ne das war jetzt ein versuch das war ja die nummer ja also ich will mich ja nochmal an die zucht von sexy schwimmens wagen ja ja das war auch aufwendig ich habe es ja schon mal versucht aber nicht geschafft du hast ja immerhin wenigstens eine kleine ausbeute genau wenigstens zwei ne aber das machst du ja auch mit den sexy shrimps das machst du ja einfach nur aus spaß an der freud um 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 dir selber vielleicht auch zu beweisen guck mal ich habe es hingekriegt ja genau weil lohnen tut sich das nur wirklich nicht ne ne weil ich da ein geld investiert habe ne das sind die teuersten clownfische die es gibt ja und wie zufrieden seid ihr wir sind super zufrieden ja also gestern der tag war super extremst viele leute also die haben sich hier ja schon durchgeschoben ja und deswegen ist es jetzt mal angenehm dass es heute mal ein bisschen ruhiger ist ein bisschen ruhiger ja also gestern sind die wirklich also gerade muss man es auch schon hier durch ja das war gestern den ganzen tag so du warst ja gestern geholfen ja ich habe in der ecke hatte ich gar keine chance genau wir haben ja auch noch den letzten stand so auf den letzten drücker gekriegt und hier hast du dann noch die engste die leute stehen hier wollen sich die fischer von wilhelm hier angucken und haben wir noch mit unserem standard ist natürlich auch ein bisschen tricky ja deswegen ist es heute mal ganz angenehm dass man ein bisschen ruhiger hat ja ja super aber schön dass du an meine glassauger gedacht hast ja wir haben nämlich gerade schon so ein bisschen ja wie soll man sagen verraten dass bald ein neues großes projekt kommt und jetzt wird da langsam ein schuh draus dann wenn ich jetzt mit so schon mal zwei glassaugern nach hause gehe ja jetzt brauchst du nur noch 17 Leute für zwei glassaugern ja und dich ziehe ich mit vor der kamera ja das hast du schon angedroht ja aber kriegen wir hin ja du weißt ja noch nicht wofür nö zum schleppen ach ich habe auch immer so rücken guck mal ich habe keine freunde mehr die schleppen ach ja ja guck mal hör mal du hast doch uns warte Schatzi 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 mit seinem Rücken dann würden die Leute mal Schatzi sehen ja die haben aber auch Schatzi schon kurz gesehen ich glaube der schleppt mit oder verleihe ich mir den nur wenn ich dabei sein darf kriegen wir ihn er nickt glaube ich ja er nickt so ganz so aber dem tut jetzt schon das kreuz weh ja 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 super euch auch viel Spaß wir sehen uns ja bestimmt gleich wir sehen uns bestimmt ja hallo guck mal wen wir hier gefunden haben mein Mitwettbewerber ja der Mitstreiter in unserem Contest oder auch oder auch jetzt der Streber ne am Anfang haben sie mich der Streber genannt aber sein Becken ne im Nachhinein hast du auch richtig ja meinst du das war Bucosa ne ja ja natürlich ja ja also alle sind schön geworden ne ja ja aber deins ist wunderschön also wirklich fantastisch ja aber bisschen neidisch sind wir ja ja ehrlich bin ne als die Sarah uns angeschrieben hat aber die weit abgeben müssen ja hör mal da ist ja noch so ein Bucosa aber dafür sieht's gut aus ja doch 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 die Leute sind begeistert davon ja schön ne und die glauben auch dass das wir Erwachsenen gemacht haben deswegen hab ich extra noch einen Zettel ausgedruckt wo draufsteht nein das haben Kinder gemacht ne ja aber ich meine die Kinder die verstehen das auch sehr schnell ne ja die lernen das sehr schnell also ich habe ein bisschen erklärt und die haben also Abdullah er war sehr schlau und er hat alles versteht und er möchte am Anfang wollten wir eigentlich ich habe auch schon gesagt wir wollten eigentlich einen Wasserbau bauen aber das war zu wenig Zeit zu wenig ja 90 Minuten halt nur ne ja 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 die ganze Zeit hat Abdullah auch gesagt dass er Wasserfall wäre schön ne aber ein anderes Mal vielleicht ja ja nächstes Mal bei dem nächsten Schulprojekt wenn wir eigentlich mehr Zeit ja 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 wenn mehr Zeit wäre schön ja man gewinnt da trotzdem ja jetzt kriegst du noch Kritik gemacht wir hatten auch eine zwei oder wir sind die Dinger so toll geworden ja ja doch naja gut und du was machst du jetzt hier bei Wilhelmi noch ein bisschen oder ja ja ein bisschen Fotos machen und jemand möchte auch ein bisschen sprechen und fragen und so ja dann viel Spaß ja wir sehen uns wir sehen uns ja und weiter geht's Sven später hallo hallo ich bin Sarah hallo alles gut ja 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 wir drehen eine Runde wir drehen eine Runde wir drehen eine Runde zusammen machen wir die Messe unsicher ja sehr gut ihr habt auch ein paar schöne Korallen dabei oder was? ja ein bisschen was ja wir mussten umdisponieren wir wollten eigentlich ein größeres Becken mitnehmen ja mussten ein bisschen umdisponieren wurde ein bisschen weniger aber wir haben was da ja klar wir wollen uns als Hersteller präsentieren primär ja ja und wollen auch zeigen dass wir als Hersteller die Süßwassermesse kapern können ja dass ein bisschen mehr was damit herkommt weil ich glaube nur Korallen gab es ja die letzten Jahre auch schon ja ähm aber die Leute wollen dann auch Zubehör wollen ein bisschen Futter kaufen vielleicht auch mal einen Technik-Schnapper machen ja ein einmal Salz 20% oder so irgendwas und deswegen haben wir gesagt wir kommen auch in Stellung mit auf ja und Tiere ist natürlich immer schön nochmal ähm auch für die Leute einfach auch zu gucken ja ich glaube ihr habt euch auch spontan entschieden ne hier hinzukommen noch ganz kurzfristig mit White Corals und RTI war ganz spontan entschieden ja Nyos war schon äh ein paar Monate länger entschieden also kurz nach der Interzoo ähm haben wir gesagt wir kommen ja seid ihr auch in Hamm dann dabei? weiß ich noch nicht tatsächlich äh müssen wir mal gucken bisher bin ich aber nicht abgenaut ja da ist ja nochmal mehr Platz kann man noch mehr Korallen mitbringen genau da bin ich raus ja ähm ich kann dir sagen was wir an Produkte dabei haben aber Korallen ist die da äh tatsächlich okay aber ich glaube wir haben ein paar schöne Sachen mit dabei ja äh da du ein größeres brauchst ne ist immer noch ein wunderschönes Aquarium ja und äh traumhaft ja aber muss ein bisschen größer werden die Sache hat so stark vorgewicht ja da kann ich mit meinem kleinen Obus nicht mehr ein Metall ergeben das ist richtig das stimmt ja also meins ist auch echt ein Traum wunderschön sieht wirklich cool aus ich hab's auf Videos gesehen ja Respekt ja ja auf jeden Fall also allein der Technikbereich ich äh bin da ganz beklatscht von ja das äh ist mein Traumbecken ja das sieht gut aus wie bei so Autotunern ne du hast ein wunderschönes Aquarium und redest vom Technikbereich da ist halt wenn jemand gar nicht Auto und tust nur den Motor an die Hälfte wenigstens so ne das ist alles nur so ein cleaner Look auf jeden Fall und dann einmal schön alles sauber verlegt ja du glaubst nicht wie oft ich selber schon bei meinem Aquarium irgendwann packt er mich dann rufe ich alle Stecker raus weil das so ein Rühneinander ist und dann versuche ich Stück für Stück alles sauber zu verlegen und nach einem halben Tag sieht es genauso bescheiden aus wie vorher wenn du das nicht beim Beckenstart machst hast du eigentlich verloren ja das ist auch so da musst du am Anfang ganz viel Zeit investieren und dann äh ich werde da jetzt versuchen wieder dran zu gehen das ist ja richtig schön alles mit Kabel meine sind da überall beschriftet ne jeder Stecker ist beschriftet damit man auch wenn man mal irgendwas weiß was muss ich jetzt raus ziehen kurz mal einen Stecker ziehen ja genau das ist nicht meine Fähigkeit ich hatte ja vorher einen Kabelsalat das kann sich keinem Menschen vorstellen das hat ja beim Abbau anderthalb Stunden gedauert Schatzi Nick anderthalb Stunden gedauert das überhaupt zu entwirren einfach nur ja bei mir ist auch rechts neben der Filter da ist kein so ein Kabel bei ja ne da ist die Selina Selina von White Corals ich komm mal hier rum was habt ihr denn schöne Säute dabei? diverse Korallen haben wir mitgebracht ein paar Zoas auch ein paar seltenere Tiere auch eine Holy Grey wir haben die Golden Torches dabei 24k Dragon Soul ein paar Aquaporn, Montiporn, Weichcorallen also für jeden was dabei von allem was dabei ist genau bunten Mix schön Sven ja das ist ja was nicht dabei sein darf es nicht dabei sein darf es nicht dabei sein ich hab noch nicht ganz reingeguckt aber wenn ich jetzt sage nö vier habe ich jetzt gerade verkauft den muss ich noch rausholen genau welcher ist verkauft? vier Stück den muss ich jetzt gleich noch rausholen von allem was dabei da sind schon schöne Sachen dabei ja paar schöne sind auch schon weg die hier ja das ist die Horror Shop irgendwas irgendwas die Horror Shop die hat ja das ist nämlich seltene Koralle ebenso die Holy Grey ist das noch mein Trick ne? ja ja was soll die denn kosten? die liegt tatsächlich bei 150 ja da sind aber auch einige Ableger drauf ne ja das kannst du auch nur als mehr was Aquarian und sagen jeder andere sagt jetzt ist ja noch nicht mein Finger nein das stimmt und du sagst ach guck mal da war einige Pulli ja und die wachsen ja dann auch wieder was sie noch ein bisschen zufüttert ein bisschen schneller ja interessant ja dann wir gehen mal weiter vielleicht kommen wir nochmal wieder würde mich freuen dann viel Spaß euch noch auf euch viel Erfolg noch auf der Messe Dankeschön da sind wir wieder diesmal haben wir den Sven im Schlepptau der ist auch ganz beklatscht hier von dem System ja aber hi Dennis hi wir kennen uns ja schon was machst du denn wenn es dann zu warm wird? wenn es zu warm wird kannst du die Pumpe einfach abstellen ne oder über Lichtsteuerung ausschalten ja und dann funktioniert die Lampe an sich auch genauso wie vorher also die die ist mit einem so massiven Aluminium Kühlkörper ausgestattet dass sie auch problemlos passiv gekühlt werden kann ne also schaltest du die Pumpe über Thermostat? genau das geht auch ne unser SunRiser hier der hat auch einen Temperaturfühler den kann ich auch dementsprechend programmieren dass ich sage ab 27 Grad Wassertemperatur soll er bitte die Wasserkühlung oder die Wärmerückgewinnung abschalten dass das Wasser sich nicht noch zusätzlich aufheizt ne das geht ja das ist eine geniale Idee ne ja kannst du auch mehrere Lampen verbinden hier den Schlauch einfach dann weistern genau durch mehrere durch je nachdem wie viel du machst aber der Unterschied ist schon Wahnsinn ne der ist heftig ja da merkt man mal wie viel Wärme man eigentlich immer verpuffen lässt ne ja ja krass und für alle Meerwasserfreunde gibt es dann eben eine Titanenröhre die ich stattdessen einschieben kann dass das Ganze dann eben auch salzwasserresistent ist das ist cool mega Idee und es gibt sogar auch eine Bürste wenn es mal veralkt genau oder eine kleine Luftpumpe für mal schnell zwischendurch also ein bisschen Wartung gehört selbstverständlich dazu ja aber das hält sich in Grenzen und von der Leistung her ich meine das ist ja jetzt ein normaler Lichtbalk da kannst du in der Meerwasser-Aquaristik wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Stein kochen oder so ja es kommt dann immer auf die Menge an ich kann natürlich mehrere Leisten dafür verwenden irgendwann wird sicherlich dann auch mal an die Grenzen stoßen aber es gibt diese also es gibt diese LED Leiste halt mit einem speziellen Meerwasser-Setup dann auch ne ja cool ja finde ich auch interessant habe ich nämlich gestern schon gedacht das fände es bestimmt auch interessant deswegen schleppen wir den Sven gerade auch nochmal zu euch das ist doch ein cooles System ja wunderbar was darf ich dir noch zeigen Sven ich habe gerade schon eure Plastikkorallen gewohnt ich habe hier in den USA ja ich sag mal so kommt aber tatsächlich relativ gut an bei den Leuten also die sehen dann den Vorteil dass das relativ einfach zu pflegen ist ne dass ich mir kein Salzwasser anschleppen muss ne also und trotzdem ganz 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 hübsch ist hallo na hallo Fred ja hallo alles fit hi ja hi Sven wir kennen uns doch ja wir kennen uns vom letzten Jahr auf der Messe ja und wie gefällt es dir? ein bisschen weniger los als beim letzten oh warte mal ich muss mal so machen damit wir dich auch verstehen ja ein bisschen weniger los als das letzte Mal aber mehr Gespräche ähm ja ist ja jetzt die letzte hier bin mal gespannt wie die neue wird ganz anderes ja was voll in dein Fachgebiet fällt ja ich suche mein erstes Aquarium ja welches denn vom Falken Verlag das Aquarium da ist vorne drauf ein äh äh ja vom Hans Mailand ähm ich weiß sogar welche ja das ist 76 rausgekommen ja und äh aus der Falkenbibliothek gibt es glaube 4 oder 5 Auflagen ähm interessant ist bei der Geschichte sind die Auflagenhöhen von so ein Dingern ja 80.000 die erste Auflage das weißt du auch auf FF weißt du das Wahnsinn ne ne ich schreib grad drüber ach so nein aber das ist ja mein erstes Aquarium ja also das ist ja mal mentalen Wert genau ja also das Spannende bei diesen Geschichten ist ja grad bei den frühen wir gehen ja mal alle so erzählen ja ja also Aquaristik also jetzt ist sie groß geworden ey Leute hier also aus der Reihe ja gibt's also hier haben wir jetzt mal die die holländische Ausgabe von Mailand da gibt's ein kleines Ding das nennt sich das Aquarium ja Mario Simmel hat eine Gesamtauflage von 35 Millionen ist schon heftig ja und er zählt als einer der erfolgreichsten Schriftsteller nach Kriegsdeutschland und davor du merkst bei so ein Sachen das hat damals einen anderen Stellenwert gehabt ja du musst heute fängst du bei vielen Sachen wieder bei Adam und Eva an das ist total geil ja wir hatten gestern war bei der beim Abendessen von den Kampffischleuten wir haben gestern so die Pokale und alles machen die mal beim Abendessen vergeben immer sehr lustig und da haben wir dann wirklich die haben nur noch gestaunt die haben Bauchwassersucht und warten ja alles und du stehst dann da und sagst ja also infektiere Bauchwassersucht ich bin schon ein paar Jahre dabei habe ich bisher nur ein oder zwei Mal erlebt und das möchtet ihr nicht erleben ja das alles was ihr da seht ist nichts weiter als dass der einen Magen-Darm-Verstopfung hat der hat einen Fropf hinten im Arsch und führt vorne Nahrung bei ja ist so ja da würdest du so ja Fred würde ich gerne bei mir mal in der Beratung sehen wenn er hat dem Kunde ey hallo ich hatte dich ja mal vor ob du was über Garnelen finden kannst hast du was gefunden äh du meinst jetzt normale Garnelen zur Geschichte zur Geschichte Problem bei der bei der Geschichte ist es gibt natürlich äh aus Taiwan und Japan etliche ja kann man toll lesen nur wenn ich jetzt eine Interpunktion lebe Witz ja nein es gibt wirklich die haben eine Garnelen Zeitung und das Irre an dieser Garnelen Zeitung ist wirklich dass die kurioserweise diese ganzen äh ich sag mal K1, K2, K3 die ganzen Züchter die die damals als erste Mal gemacht haben die haben die dort vorgestellt mit ganz irren Fotos und danach haben die auch vorgestellt wie sie was gekreuzt haben und sowas ist natürlich total geil ja also das sind so ja und die habe ich natürlich zuhause stehen hast du auch? ja also wenn doppelt dann äh ich sag mal so die kann ich bequem nach Japan verkaufen ja also äh also haben sie ihren Preis ja also ich sag mal vorsichtig ausgedrückt hm äh war da nicht auch ja die fix ist da da aha aha auf Deutsch und Englisch ne Deutsch ich habe ja die die Karidina die Zeitschrift kriege ich ja regelmäßig zum Beispiel aber ähm das hier hat meines Erachtens sogar äh wer war denn das der 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 da hast du nämlich Selektion und zwar hat das der äh Leinart Ema siehst du hier hast du sehr viel drin ja ähm das ist ein deutsches das ist ein deutsches William 2 international im Moment in den USA kostet das Ding drei vierhundert Euro das ist schon ordentlich ne im Moment ja also krieg's ja das ist immer das Problem krieg's in der Ordnung oh da macht sich was selbstständig ja 2000 years later jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift ein bisschen abgeschweift bei der ganzen Materie und das war jetzt ein perfektes Schlusswort wir müssen weiter ja alles klar ja ja super ich melde mich bei dir wegen dem Buch ja auf jeden Fall aber freut mich auf jeden Fall ja aber ich denke haben wir einen coolen Rundumschal und mega so Sven wir sind für heute am Ende angelangt wir waren jetzt mal überall und nirgends ja viele auf dem blauen Licht genau und ich hab's tatsächlich durchgezogen ich hab nix gekauft obwohl mir das ein oder andere Mal ein bisschen schwer gefallen es waren schon schöne Sachen dabei ja schöne Tiere dabei ja ich nehme das ein oder andere später noch mit aber ja ja wie hat's denn sonst insgesamt gefallen eigentlich wie jedes Jahr ne also schön ist noch ist auf jeden Fall wert mal vorbeizugucken wieder schöne Aquarien schön eingerichtete Becken also ja war ganz nett war ganz nett genau und bist du denn auch in Hand dabei? kann ich jetzt noch nicht sagen kann ich jetzt noch nicht sagen also da muss ich wirklich gucken wie das arbeitstechnisch hinhaut oder so ne aber interessant wär's schon auf jeden Fall ja aber wir sehen uns ja auch so wieder haben wir uns ja heute im Video auch schon ein paar Mal gesagt ja genau mal oft genug angetesert zum Schleppen oder was auch immer ja dafür brauch ich ja Schatzi ja ich bin dann im Schlepptau dabei genau du musst die Kamera halten genau ja gut dann vielen Dank dass du heute mit mir durch die Gegend geguckt bist ja sehr sehr gerne hat wie immer Spaß gemacht kann ich auch wieder ein paar witzige Momente dabei genau und ansonsten hoffen natürlich dass ihr hier noch einen Like unten da lasst und einen Kommentar wie es euch gefallen hat mit die Einblicke der Aqua Expo hier am Sonntag und ansonsten ja bis zum nächsten Mal genau alles klar ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020